So, ich habe einen Auftrag. Platterei vom ersten Auftrag des Tages an einem Peugeot selbst umgebauten Singlespeed-Hinterrad mit erheblichen Seitenscharen. Der Arm ist vermogen hier. Ja! Na, der ist ja neu. Also nein. Für meinen Bus. Papa soll ich auch den Sattel putzen, schreit es von draußen rein, alle gucken. So. Kinderarbeit putzen. Ja, so ist das Tier. Müller müssen alle ran. Spricht sich rum bis zum Jugendamt. So hinterher raus. Turing Plus ist natürlich nicht neu. Der Reifen ist neu. Ich sage, naja, nearly new, maybe. Ah, okay, nearly. Ja, manche haben so nicht so richtig die Vorstellung vom Alter eines Reifens. Das ist nämlich auch ein Continental und naja, sie reißen auf. Aber das aufreißen, das machen sie auch nicht gleich am Anfang an. Aber das machen sie eben so. Nach ein bis zwei Jahren fangen die an, dass sich hier die zwei Gummischichten trennen. Jo, nur ein bisschen abgefahren ist er auch schon. Also, der hat schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Jetzt halt die erste Reparatur heute, die lasse ich wieder drin, so mehr oder weniger. Alles andere nur bei interessantem Background. Oder falls es kleine Tipps gibt oder so. Naja, vielleicht gibt es da irgendwann ein festes System, so wie ich verfahre. Bis jetzt habe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Ja, wie das wiegt meine Vlogs aufbauen. Das ist einfach so frei nach Schnauze. Das ist eher so ein Drehbuch und ohne Vorbereitung. Es kommt, wie es kommt. Sehr schön. Fängt man es so an? Der Schlauch ist hin. Jetzt checken wir den Reifen wieder mal von innen. Ganz wichtig, immer von innen fühlen und von außen Sichtprobe. Ob da irgendwo was drin steckt. Und wenn beide irgendwie übereinstimmt, hat man einen Treffer. Hier ist Kacke dran. Sehr schön. Auch die Hunde sind wieder herzlich willkommen bei mir im Laden. Und hier habe ich schon den Cut. Das wird es gewesen sein. Das ist ein enormes Ding. Aber er ist auch in der Schutzschicht drin. Bei sowas ist er mehr als 5 mm. Das ist ein Zentimeter fast der Cut. Dreht man um und guckt, ob es wirklich durch ist. Durch die Wege. Und da ist nichts. Beziehungsweise vielleicht eine Punktierung. Ja. Hat es gegeben. Aber es ist nicht durch. Also kann man den tatsächlich noch fahren. Wäre bestimmt auch sauer, wenn ich sagen würde, pass auf. Also ich sage es ihm natürlich, da ist ein Cut drin. Aber wenn ich zu ihm sagen würde, du, ich muss den neuen Mantel aufziehen. Los jetzt. Jetzt kommt der Reifen wieder auf. Jetzt hole ich die Schläuche. In der Werkstatt. Papi. Ja. Ich bin da und bleibe auch. Du bist da und bleibst auch? Ja, bleibe. Ich bin zu lang. Ich bin zu lang. So, was habt ihr jetzt für Brennzebel da drinnen? Teil Ruf? Die hatte ich. Da werde ich mir einen neuen vom anderen Fahrrad nehmen. Die sind Shimano Teil. Also für V-Brakes? So V-Brakes System? Nee. V-Brakes ist es wegen der Köpfe. Genau. Ist das das? Das wissen wir nicht. Das ist so. Aber das ist ja nicht für ein System. Wenn ich jetzt Shimano sage, ich kann auch nicht mehr sagen. Wie sieht denn der andere Kopf aus? Daran erkennen wir es doch, was wir beim letzten Mal. Nee. So was haben wir nicht. So was Rundes haben wir nicht. Das sind die Rennrads und die Älteren. Wir haben immer diese eckigen Trommeln gehabt, glaube ich. Trommel. Genau. Böhne oder Trommel. Oder Walze. Böhne oder Walze. Böhne oder Walze. Ich bin gleich da. Carsten, kannst du nachher noch mal rumkommen? Ich geb dir den. Ich hab das oben. Ich komm nachher noch mal. Ja, komm mal rum nachher. Oh, das ist ja nicht schön. Wie ist der in Frankfurt-Oder gekauft? In Frankfurt-Oder gekauft, ey. Ich wusste nicht, dass... War das auf dem Polenmarsch? Ja, um Gottes Willen. Das machen wir nicht. Ich war sogar tanken auf der Autobahntankstelle. Auf der Rückfahrt. Ja. Auf der Rückfahrt. Ja. 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 Ich bin nicht deswegen nach Frankfurt-Oder gefahren, sondern wir wollten Buddies kaufen für unsere Kinder. Buddies. Buddies. Das ist ja so. Baby Buddies. Und dafür muss man nach... Ach so. Wegen Feiertag. Wegen Feiertag musste man nach Frankfurt. Und viel mehr... Malis wollte nicht hier in Berlin kaufen jetzt, Alina. Wir wollten mal zusammen fahren und ich kann ja nur am Feiertag. Ja. Und das war sehr günstig. Das war einfach in Berlin und... Ja. Also musste ich hier nicht arbeiten. Das war kurz um nach Frankfurt-Oder gefahren. So, was haben wir denn jetzt? Vier, sechs, acht... Zehn, zwölf... Zehn, zwölf... Zehn, sechzehn... Wer wird denn noch? Achtzehn... Ja, zusammen zwanzig. Boah. Ja? Ist nicht okay? Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Natürlich kostet man basteln, sag ich mal. Ja, tut ja alles nett. Wahrscheinlich sind sie nicht im Montag. Ey Tommy, ihr habt ja immer noch Fragen. Alle verbastelt total in zehn Zentimeter-Stücken geschnitten. Das ganze Fahrrad in Einzelteilen. In so einer Klappbox drin. Du siehst das Fahrrad. Oh Mann ey. Irgendwann sag ich das. Das schafft ihr schon, ey. Das hab ich keine Zeit. Ja, entschuldigt die Vernachlässigung hier. Eine Stunde, neun Minuten. Ei, ei, ei. Ich hab draußen noch mal nachgewaschen. Anouk hat zwar gemacht, aber gehen wir noch mal drüber. Gehen wir ein Problem. Jetzt ist es sauber und fängt gerade an zu reden. Denn jetzt wird alles ein bisschen abgespült noch. Und Kundschaft kommt. Ihr kriegt das Rad nicht fertig. Hi. Ja, hoi. Ich hab ne Frage. Ich hab draußen Fahrer stehen und es ist total ein Überschund. Und zwar ein Problem ist, ja es gibt viele Probleme. Aber mein Problem jetzt gerade ist, das Hinterrad, die 80 kriegt, die nicht mehr raus. Und es lohnt sich auf keinen Fall, da ein Rad reinzurichten. Und jetzt soll ich dich fragen, hast du womöglich entweder eine Hinterrad der Ehe, wo ich einfach meine Nabe und meine Speichen reinsetze, die du aus irgendeiner Leiche quasi nicht brauchst. Oder ein ganzes Hinterrad quasi ohne Bedürfnisse. Ohne Speiches Hinterrad und Bedürfnisse nicht. Der Leichenbälle kannst du hier umsonst sagen. Okay, jetzt aber mal draußen ihn eingeparkt. Vorwärts, vorwärts. Ist doof, wenn man es erzählt, aber ich muss jetzt einfach kurz mal loswerden. Da parkt einer ein mit so einem Hundefängerauto. Baucontainer, freie Parklücke und da vorne Auto. So, der fährt vorwärts drin. Bleibt am Baucontainer hängen. Da haben wir jetzt am Baucontainer an dieser Ecke. Bleibt der hängen mit seinem Koffer da, mit seinem Hundefängeraufbau. Macht kurz krrrr. Was macht er? Fährt weiter. Da reißt du, was die hinterher liegt noch raus. So krrrr. Ey, wo unsensibel. Die Leute haben kein Gefühl mehr. Egal viel was. Ob die Kette klappert oder trocken ist oder irgendwas. Oder ob man mit dem Auto an so einem Baucontainer hängen bleibt. So ein 7 Kubik. Das merkt man doch. Das macht einmal Knacks. Da habe ich schon geguckt. Oh, was ist denn da los? Und dann stoppt er kurz. Überlegt er wahrscheinlich, fahr ich jetzt zurück. Ach scheiß, bin fast drin. Das ist genau das gleiche. Was ist denn los mit den Leuten? Ja, was ist das? Ich brauche jetzt einen Schlauch. Auf alle Fälle immer noch. Ich brauche immer noch einen Schlauch. Da ist er. Ich zeige ihn dir. Und jetzt brauche ich noch einen. Da kann jetzt kommen, was will. Wolfgang kommt, der hat er gesagt. Denn der saß drin im Auto. Das ist ja nicht, dass ich gar nicht gucke überhaupt. Was da los ist. Also er ist nicht das Auto gefahren, Gott sei Dank. Sondern keine Ahnung wer. Wird er uns noch berichten. Der hat mir gedacht, was ist das? Ich komm mal rein. Und fing so ab. Da hat er bestimmt aufgetrieben. Einer, der irgendwas fährt. Dann hat er eben hier Fallen getan. Der kriegt Zehner in die Hand. Für den gefallen. Und hat dafür das Auto ruiniert. Ja, so wisst ihr das. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ich muss sagen, meine billigen Schuhe halten noch. Ist ja schon Nachmittag jetzt. Na ja, knapp. Viertel Einzel. Noch halten sie und sind noch recht bequem. Tatsächlich. Der billig Schuh-Test heute. Heute ist nicht Fahrradsalon, heute Schuh-Test. Ah man, ernst. 20 Euro, ey. Für ein paar Schuhe. Welches arme Kind muss die denn zusammen lösen? Ja, wirklich schlimm, ey. Aber wer will's machen? Muss zum Schuh-Stag gehen wieder. Schuh-Stag gibt's hier gar nicht mehr, kaum noch. Schuh-Macher gibt's noch. Und da ist wieder mein Problem. Dadurch, dass die Leute bei mir auch alle nur die Sachen aus China kaufen wollen. Krieg nicht genug Patte zusammen, um mir Schuhe vom Schuster kaufen zu können. Das ist ein Teufelskreis. Ihr kriegt doch kleiner bis 500 Euro zusammen, oder? Ich will sagen, ihr wart ein paar Schuhe. Wird jetzt hier hausgemacht in der Straße. Die fangen, äh, die hatten wir ja. Die fingen bei 250 Euro an. Für 250 Euro muss ich so lange arbeiten. Würde ich gerne machen, alles. Würde ich gerne machen. Weil die Leute das alles bezahlen, so, diese Arbeit. Und nur Teile aus Deutschland, sagen wir mal, die in Deutschland auch produziert werden. Nicht einfach nur, welche in Germany draufsteht. Habe ich nämlich neulich einen Bericht gesehen darüber. Über dieses Made in Germany. Schleich und Co. und sowas. Die ganzen Mega-Fabriken in China, ja. Carrera. Hallo, Marie. Das ist halt nur noch Luko Trug. Das ist halt der Teufelskreis. Weil ich nichts bezahlt bekomme. Weil hier jeder irgendwie, ja, ne Decke, ne Decke darf nur 15 Euro kosten. Oder so. Ratet mal, warum Kontinental die teuren Decken nur noch in Deutschland baut. Handmade in Germany steht immer drauf. Die ganz teuren, die diese hier mit 59 Euro oder ab 40 Euro, 45 Euro anpreisen. Bei Schleichkeit nicht so nachvollziehen, weil die machen ja einen Umsatz. Und die machen ja, äh, die sind ja nicht billig, die Tiere. Also wenn sie halt bei, dann meist, sollten sie halt bei 5 bis 7 Euro erst anfangen. Aber dann tun sie ja auch erst. Vielleicht gibt's auch schon was für 3 Euro oder so. Aber dafür muss es doch möglich sein, hier in Deutschland zu produzieren. Was ist das denn? Hi. Eggman. Warum hast du denn so einen Klumpen dabei? So einen Klumpen? Ja. Hast du noch einen kleinen hier? Ich hab dieses Rad. Ja, ja. Sollst du dazu hier kommen? Nee, bitte nicht. Schade. Bin leider weit. Ja, ja. Das ist Zeit. Ich muss überlegen hier mit dem Reifen. Alles gut. Na, dann gucken wir mal uns so einen Klumpen an. Speichenbruch. Hinterrad. Ermüdungsbruch. Bei einem Opus. Damenrad. Aber erstmal spannt ich den anderen aus und dieses eine. Da ist aber viel zu machen. In dem Rad noch ein Gläser. Hinten acht. Vorne acht. Speichel gebrochen hinten. Hat sich schon gesagt. Ich weiß. Ich wiederhole mich gerne. Hier ist das gleiche verbaut. Wie bei meinen Mieträdern. Das gleiche Hinterrad. Dreigang. Nexus. Einfache Kastenfelge von irgendwie ganz billig. Hier diese vier Euro Felge. Drei Euro Felge sogar. Und hier ist die Speichel gerissen. Ich weiß ja immer. Die Reisen ja auch bei mir dauernd. Ich tausche die permanent aus. Weil ich mir jetzt nicht leisten kann. Jedes mal ein neues Hinterrad. Komplett nur einzusprechen. Aber es war einfach die Zeit ist da. Also ich tausche nicht immer die Speichel. Wenn hier rissen sind. Tausche ich die aus. Die Zentriere nach. Ja und das machen wir jetzt hier auch. Ich baue es aus. Tausche aus. Das ist ja ein Standard. Reparatur bei mir. Tatsächlich. Oh komm schon. Nächster. Ja hier wird hier streamt. Menschenkindern. Ja Menschenkindern streamen wir auch. Bin ich schon berühmt jetzt? Nee noch nicht. Kann sein. Wir sind nicht. Wer bist du denn? Tritt ruhig durch. Super. Was brauchst du denn? Was brauchst du? Ich suche ein neues gebrauchtes Fahrrad für mich. Neues gebrauchtes? Also ein für mich neues. Aber tendenziell gebrauchtes Fahrrad. Wie teuer darf es denn sein? Was muss ich denn haben können? Es muss sicher sein. Es darf. Es hat schon hohe Ansprüche die du stellst. Ja ne. Die Fahrräder. Also die meisten hier kommen sind nicht sicher. Ja. Ich möchte darauf eine halbe Stunde zur Arbeit. Eine halbe Stunde zur Arbeit zurück. Also muss ich darauf sitzen können. Okay. Und es darf ruhig ein paar hundert Euro kosten. Ja. Und ich bin ziemlich unwissend. Deswegen habe ich meinen Expertenkollegen mitgebracht. Der mir dann sagt, ob das alles so stimmt, was ich mir so überlege. Wir sind Experten. Und du bist auch Experte. Also dachte ich, ich komme mal her. Das ist ein Ding. Ich bin generell. Ich lasse mich die anderen mal belehren. Von anderen. Das ist nicht schlimm bei mir tatsächlich. Und wie fühlt es sich an, wenn du jeden Tag, wenn dir beim Arbeiten zugeschaut wird? Hört sich nicht anders an, als wenn nichts... Also vergisst man über die Zeit, oder? Sowieso. Ja, 2008 haben wir das schon gemacht, sozusagen. Und das ist schon eine lange Zeit. Und seitdem bin ich immer mal mit Kamera. Und deswegen sind es zehn Jahre. Das wäre doch schön. Das wäre doch schön. Das wäre doch schön. Ich hoffe, wir machen sie irgendwann mal. Nee, bis jetzt nur GoPro. Ich habe immer wieder neue Kameras. Kaufe auch die Kameras. Die machen auch nicht mehr. Wenn die wirklich dauert durchlaufen, ne? Ein halbes Jahr machen die man nicht so tatsächlich. Dann sind die Verbindungen meist auch nur die... Naja, diese USB-Dinger brechen raus. Hier ist jetzt... Oh, wir brauchen neulich jetzt gerade erst. Man muss sich diesen Zusatz-Akku rein. Der ist auch schon kaputt. Von GoPro habe ich schon ein Video gemacht. Hast du den sechs Mal Einschicken und immer wieder den Silben zurückgekommen? Nein. Eine Woche nutzen dann wieder kaputt. Ich glaube ich. Das ist ein Aufwand für den Stream. Ach ja. Fast schon. Jo. Ja, jetzt noch die Form des Rades. Die Form des Rades. Also grundsätzlich... Grundsätzlich irgendwas... Ja, entweder ein Rennrad oder so ein Stadtrad. Anstatt so was in dem Mix. Ich bin da auch erstmal offen dafür, was vielleicht so da ist. Uh. Tja also. Man siehst du, das wird wieder am Block, da muss ich ewig rein. Weil ich das alles irgendwie unterkriegen muss. Ach so, hier ist ja eine Strille. Hier ist ja eine Speiche zu machen. Ich denke immer hier der Schlauch und so. Denn... Speiche. Sprich Felgenmann runter. Und nicht nur nicht. Beim Hinterrad Antriebseite müsstet eigentlich... wenn man muss den Kranz hier auch noch abziehen. So einen Arbeitsschritt mehr. So, haben wir. Da ist die Speiche. Ja, ein Sippel. Ich hole eine neue. Also da wird der Speichendippel abgedreht hier. Da kann man sie richtig gut ausmessen. Entschuldigung. Kann man sie richtig gut ausmessen denn? So, jetzt kommt die Speiche drin. Ich freue mich jetzt drin. Ich muss mal hier. Dann wird eingeschraubt. Vorgespannt. Dann mache ich die Narbe ein bisschen sauber hier. Wenn man jetzt schon mal dran ist, was? Ja. Zack. Haben wir. Jetzt wird die Abdeckkappe sauber. Ein bisschen Fett drauf. Ein bisschen hier. Ein bisschen da. Einmal drehen. Zahnkranz. Oh, ist das schmuddelig. Ist das schmuddelig. Ist das schmuddelig. Ja, ist halt der Antrieb, ne? Fahren bis zum Erbruch. Ein sauberer Antrieb verringert den Verschleiß der Kette und des Antriebs natürlich. Ist so viel besser, wenn es so aussieht. Ab und zu mal sauber machen. Gut, das kann man jetzt hier nur in der Werkstatt, so wie ich das jetzt hier mache, mit auseinander nehmen. Aber mal eine kleine Drahtbürste und dazwischen ihn, oder so, wäre ja nicht verkehrt. Sieht gut aus. Das kann ich auch nicht immer machen. So weit natürlich. Das kann ich jetzt nur machen, weil jetzt kein Folgeauftrag da ist gerade. In anderen Fällen kann ich es einfach nicht machen. Dann mach ich es einfach nicht. Weil, wenn dann der Nächste wartet und der Nächste wartet, naja dann wird hintereinander weg gearbeitet. Die pure Aufträge, da wird nicht links, nicht rechts geguckt. Kannst du denn halt nicht. Dann wird einfach gemacht. Hopp. So gut, jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Läuft. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Jetzt läuft, einbauen. Schlauch. Und wieder einbauen. Der Trip nach Frankfurt oder gestern, der war toll. Das hat mir Spaß gemacht. Das war schön. Auch für mich. Nicht nur für die Kinder. Muss ja nicht nur immer für die Kinder schön sein. Kann auch sein. Ist auch schön, wenn es mal für die Eltern schön ist. Ist auch schön, wenn es mal für die Eltern schön ist. Das war schön. 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 Das ist natürlich nach hinten raus. Stört keinen. Dabei passiert nichts. Ansonsten quält man sich. Dann stellt man die Kette. Dann macht man die Kette irgendwie lose. Doch viel zu lose stellt man sich ein. Damit es nur nicht hinten schleift. Wenn es auf die Punkt ist. Oder fährt mit zu wenig Luft. Oder mit zu loser Kette. Also das ist ja Quatsch. Lieber, man hat richtig Luft. Die Kette hat die richtige Spannung. Und man kann auch nicht fahren. Denn hier ist noch Luft. Der Draht ist noch nicht mal ganz weit hinten. Schaut mal, wo es sitzt. In welcher Position. Da ist ja noch Luft. Da sind ja noch zwei Zentimeter fast Luft. Bis es ganz hinten ist. Wo sollen dann hinten noch zwei Zentimeter hin? Die gibt es hier nicht mehr in der Strebe. Die Strebe ist einfach schlecht berechnet. Oder was auch immer. Also wenn die Kette sich noch ein bisschen lenkt. Dann ist das schwierig. Wenn ich jetzt allerdings ein Kettendid raus nehme. Und die Kette kürzer zu machen. Dann komme ich so weit nach vorne. Dass es vorne schleift. Also es ist ein nicht ganz durchdachtes Rad. Wenn das Rad original mit einer 47er Breite. Im Reifen ausgeliefert wurde. Dann ist das nicht ganz durchdacht. Ich schätze mal mit 37. Würde funktionieren tatsächlich. 1 cm weniger. In der Dicke. Aber mit 47 funktioniert es einfach nicht. Hast ein Ballon greifen hier drin. Und wenn man jetzt schleift. Wie gesagt. Hat er jetzt schon die Schliffen. Ein kleiner Makel. Ansonsten ist es jetzt fast in Ordnung. Ich gucke mal nach. Ich denke mal. Der Breite eingestellt sagte. Das ist jetzt kein Problem mehr. Allerdings kann es ja ohne Bremsen. Wenn es weiter eingestellt ist. Dann stellen wir die noch zurück. Das war's. Das war's. Fertig. 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 und nannte es noch verwahrloste kinder wurde erst in den 80er jahren wieder beschrieben diese störung geht vielleicht auch ein bisschen in die richtung natürlich also damals wurde da es ja noch nicht feststeht und bis heute nicht versteht was ist was so ganz genau ging so in die richtung ads adhs dafür gab es damals auch noch keine worte sie haben ein hibbeliges kind oder gesagt ein etwas aufgedrehtes kind ja und hier habe ich jetzt ein paar papiere von ihm bekommen wieder da freue ich mich sehr das geht wieder in die akte und es ist ein wirklich insgesamt ein sehr interessantes dokument dann in der gesamtheit und bestimmt sogar für ärzte interessant ich glaube nicht dass so viel gerade aus der zeit dennoch erhalten ist und gerade über denen der opitz dr opitz ist ja recht früh gestorben bei einem bergsteigerunfall hier steht es ihre fernmündlichen besprechungen mit herrn doktor doktor wegner übertrage ich ihnen hierdurch den lehrauftrag für psychopathologie des kindes und jugendalters im rahmen des diesjährigen hilfsschulen lehrer lehrgangs vorgesehen sind insgesamt 27 doppelstunden und so weiter also er hat dann auch ist dann an schulen gegangen und hat pädagogisch sozusagen unterrichtet wie man umzugehen hat mit diesen kindern total interessant dass soweit überhaupt auf mich trifft wo es uns ja in gewisser weise auch betrifft also ich hätte toll man es hat einen kaffee gebracht ja so fein das ist genau das was uns betrifft eigentlich genau das hat er damals sich angenommen damals verwahrloste kinder wissen also ich bin der meinung es ging ja nicht nur darum das ging auch um adhs um adhs was ja damals alles noch kein namen hat das 1955 also die 50er jahre die frühen 50er jahre die 40er jahre kam es ja so auf nur dass man gesagt hat dass es durch die eltern hervorgerufen wurde verwahrlosung der eltern die psychopathologie der verwahrlosung im kindesalter es ist wirklich total interessant der kosten ich schwöre das wird ja so dick der kuro das wird definitiv so dick weil jedes blatt braucht seine eigene seite ist klar nichts los und gleich wie als arbeitsgruppe aufgebaut was man damit arbeiten kann sich was gegen anstrengen kann und wäre doch genial wenn vielleicht gerade so nun irgendwie auch wieder so ein stein zum puzzelstein ist um eine große ganze das ist das andersfarbige puzzelteil ich weiß alle genau das ist also nicht alles alles ich weiß alle genau da sollen sie dich fragen ich habe so viel gelesen aber du hast das noch nicht gelesen nämlich von dem opitz und wenn du das gelesen hast ich hatte aber der vortrag den ich angefangen habe vorzulesen hat dich auch interessiert oder die verwahrlosung des kindesalter verwahrlosung ist das immer schon extrem mann naja die haben wir damals nicht anders definiert naja klar dann irgendwann ist das noch die kühlschrank eltern mein keller ist treu trappi wir haben zwei durchgehende da habe ich verlaustig da hast du die stahlwolle damit spielt man auch nicht da ist so viel weil man hier nicht spielen sollte das ist unglaublich so gucken wir mal was ist denn auf youtube passiert ist da aber was passiert kreatorstudio hat ja keine kommentare dazu gekommen da enttäuscht da müssen wir wohl mehrere videos machen ja natürlich also jetzt hier extra her also grundsätzlich muss man mal dazu sagen marco extra herzukommen wegen der apparatur kannst du das ist klar dass das mehr kostet also ich sage ja schlacht kauft die teile so kauft sie halt im netz was sollst ich meine ich bin ja auch ich bin ja immer wenn ich hier ein teil verkaufe dann habe ich nicht den netzpreis funktioniert einfach nicht weil das ist tatsächlich das was man aufschlägt ist das was man aufschlagen soll laut hersteller also um eben seine kosten zu decken die ein laden nun mal macht und einfach um einfach leben zu können es ist ja nicht so dass wenn ich ein teil für 20 euro kaufe und für 25 euro verkaufe das mache ich irgendwie zweimal am tag dass ich von diesem zehner dann leben kann es müssten schon 20 euro kaufen 30 euro verkauf ungefähr ja dann hat man schon mal 20 euro verdient am tag wenn er hat zwei teile verkaufs nur was ja bei mir manchmal der fall ist da ist das schon erstmal in ordnung aber von zehn am tag das ist halt zu wenig das funktioniert halt nicht im internet das ist anders du hast ja die ganzen kosten nicht so lassen shop baust auf stellst im ideal feier je nach bestellung die bei dir eintrifft bei bedarf nehmen wir bei bedarf bestellst du genau das was dir was was bei dir bestellt wurde beim großhändler hast keine zwischenlagerkosten ja alles schickst du direkt daraus an kunden fertig aus kommt schon verpackt an fertig ist total genial ist noch nicht trocken deswegen würde ich genauso aufschlagen da hat mir den teil wenn ich so ein ding kriege ich würde es zum ganz genau zum uvp würde ich es halt anbieten es ist nur mal so ich würde es so anbieten weil ansonsten es schraubt mir auch den umsatz nach oben also ich bin gar nicht der freund der irgendwie neue teile irgendwie bestellt und verkauft jetzt schraubt er nur diesen umsatz nach oben selber kaufen okay dann spart mal ein bisschen geld dafür hast du dann die reparatur hier recht günstig ich weiß gar nicht müssen wir mal schauen was dazu machen ist jetzt in deinem fall wenn das gewinde ausgerissen ist es kostet ein bisschen mehr aber ansonsten mal schauen ich hoffe dass ich das dann auch alles gelöst bekommen vielleicht kriegen wir es sogar so hin ohne die alte trägkugel kaputt zu machen wenn du grundsätzlich sowieso umbauen willst naja dann bauen wir halt um wenn nicht dann tauschen wir halt nur das lager aber das lager muss halt dann schon da sein alles weil wenn ich das dann hier bestelle dauert dann länger also länger als diese zwei tage die du da bist auf alle fälle und das muss halt auch klar sein wenn man natürlich hierher kommen zu mir ist das natürlich immer eine gesonderte ausgabe eine übernachtung hier kostet mittlerweile hoch 30 euro selbst im hostel irgendwie kostet den schlafplatz den herrn du hast dann teilst du ein zimmer mit anderen kostet mindestens 30 euro in der nacht wir können im haus hier fragen tatsächlich du musst du mir nun mal tatsächlich einen termin nennen wann du wirklich kommst dann könnte ich im haus hier mal nachfragen da ist einer der vermietet sein zimmer ob er das macht weil das wäre ideal ist dann gleich hier im haus und das bestimmte schlechte zimmer müssen durfte typ auch kann man machen die kennt ihr auch schon von thiel ist testwurst also wer meine ganz frühen videos gesehen hat dass der herr thiele der macht das eventuell wenn das zimmer noch nicht verbucht ist schauen wir mal denn wenn es soweit ist oder so sagt sie einfach bescheid mit räder könnte ich für die machen und da trat was mir geschenkt wurde mache ich jetzt vielleicht der eine oder check ich jetzt mal durch das hat er auch noch mit dabei jule endlich das geschenkte rat das bekommt ihr auf alle fälle wenn jetzt nicht irgendwas total kaputt ist ein zweites leben stand jetzt einige jahre draußen rum und wurde nicht besser dadurch jetzt wird es ein wenig aufgefrischt ja was ich mir jetzt gemacht habe ist dass ich es geputzt habe natürlich an hukatz geputzt und ich habe es kontrolliert noch einmal sagen wir mal so und jetzt pumpe ich erst mal auf ganz wichtig luft muss auf reife ein bisschen hier gebogen kette spannend wir fangen mal hinten an und arbeiten uns langsam nach vorne durch gucken wir mal so ja es ist eine schere war für männer ich guck mal ob ich was anderes die sehen dass das gab es oh cool habe ich jetzt ganz vieles auswacht was sind das für kohlerstüfte denn ich würde gerne die ganz kleine dort nehmen die sieht süß aus ja geht ganz leicht Achtung die ist ganz spitz ganz scharf ja ja umfasse umfasse Schere du bist Linkshänder von außen greifen so und dann ok hier noch hallo hallo das hat Papi und so sieht es von der Rückseite aus oh die blumen ist ein schöner gartener ich nehme das kleinere aber das kannst du gerne mama oben auch erst mal zeigen na gut da muss ich nur noch klingeln um hoch zu kommen ach Mensch hat es doch gut gemacht ich habe in der zeit das fahrrad hier fertig gemacht licht neue lampe vorne dran läuft freie dynamo funktioniert licht hinten funktioniert auf die punkt ist kette gespannt funktioniert schaltung funktioniert klingeln funktioniert bremsen müssen wir im test testen durch bremse wie gesagt mache ich jetzt auch schon mal ja das stimmt was sagt mama fast fertig vorne die bremse sieht schon ganz gut muss ich nur noch ein bisschen zentrieren das hat aber ich muss noch üben ähm ich muss noch irgendwie üben weil verwechseln manchmal auf der einen seite ist diese dann die bremse aber ich hab doch einfach doch gehabt weil auf zwei seiten aber das sieht aus wie eine serie zack 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 das stimmt aber dafür ein bisschen aber stell dir mal vor mir hätten so ein bisschen wenn du das eigentlich ist eigentlich überhaupt für das baby was dann machen mamas bauch wäre da komm doch komm doch komm doch komm doch brauchst du nicht mach das mal fester oh ne bitte nicht nicht die schilder lassen wir alle so wie sie sind darf man nicht weitermachen sonst platzt sonst platzt das nehme ich hier ab das ist nämlich wie glas darf man gar nicht so festmachen die schilder alle die sind gut die 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 ja die 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 ja die ja ja das der ja in aber ja das dass gommimülle genau und das ja ja die ja 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 Und ich wieder erendete, Antwork. Das ist neu. Möge und die Rechte auf deiner Anwalt, ja, Fab! Das ist neu. Und und die Ecke, und die Achs. Und die Erre! Das ist ja, das ist ja. ... muss man sich ausprobieren, weil das früher mal so klein war. Ja, und das hier war ja auch nicht klein. Ja. Guck dir ja als Hortel, Haube, Schaden. Ja, aber nur Schraube, Schraube. Schraube, Schraube. Schraube, ja, Schraube. Du musst nicht verblanken, Alter. Ja, schön. Mach auf, nicht, mach auf. Nee. Nee, bleib, war ja. Hörn ist alt. Ist alt, ja. Die sich drin. Ja, schön. Kamera hier, hörst du? YouTube? YouTube? Flachbord. Lappbuch, ja? Machst du? Halt, alles gut. Ah, man benauen. No, ja. Ah, nicht mehr. Ach, hier, nicht da. Genau, Liefer. Ja, der kennt auch alles. Ja, der hat alles kaputt gemacht früher, sagt er. Mifat, Pornial. Ja, oh, in der Mifat. Klapprad, Klapprad. Mons war halt. Ja, halt auch. Weil immer die die stehen bleiben. Bleiben. Weil immer stehen. Hier, Bayer. Vier Fahrräder, na hier ist mehr. 200 was hat so für ein müll da ist ja unglaublich was da alle drin ist ja sagt er sie hat im müll bei ihm unglaublich stopp kurz immer rein immer rein sind auch von ihr und von ihrer großen schwester muss ein fahrrad angucken jetzt reiserad 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 stabil und hänger großer hänger mit mit Einmal zwei Klapp und ein paar Minzen. Spielgeld? Ja, das sind alte Minzen. Nicht alt, wie sagt man, von Euro. Das ist doch gut. Dänemark, England, Schweden, Noreen. Mit dem Spachtel oder was? Ach so, ja. Nee, vielleicht braucht ihr einen Spachtel. Ich glaube, so ranieren. Es ist bloß so ein Stück, wisst ihr? In der Reihe. So 90 weggenommen. Und ist schon ein bisschen tiefer. Aber die Wand ist ja glatt da oben, wisst ihr? Normalerweise bräuchten die Spachteln. So. Also nicht mehr so ein Auto. Du bist laut. Und nun der Alte. Ja. Wo wollen wir denn bei dir? Hat der da sein Auto kaputt gefahren? Ja, ja. Das war ein Haus bei mir. Das war ein Haus. Und der hat ihn mir in die Falle getan. Und der hat ihn rausgefahren und in die Rinde gebracht. Und dann haben wir schon hier gefahren. Ja. Und dann fährt der denn vorwärts in die Park. Ja, logisch. Und dann knackt das. Und dann knackt das. Und dann wirst du was er macht. Er bleibt kurz stehen. Ja, ja. Dann überlegt er kurz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie gibt's doch bei dir noch jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Bei mir gibt's nicht noch jetzt. Außer, dass ich jetzt gerade eine Stunde, aber anderthalb Stunden jetzt ... Alle schreien wohl, quasi. Alle schreien wohl, quasi. Alle schreien wohl. Alle schreien wohl. Na, von ihm. Na, wisst du doch. Er redet doch so laut. Hi. Hi. Er redet doch so laut. Er kann ja nicht ... Anderthalb Stunden. Wo sind die gerade? Hier. Das ist die. Das ist die. Hier. Das ist die. Cool, danke. Ja. Die Tire ist okay? Die Tire ist okay? Die Tire ist okay. Okay, gut. Das ist nicht das beste. Ja, aber ... Es ist okay. Thorsten ... Thorsten ... Thorsten ... Redet denn, das ist ja stumm. Ja, ja, ja. Der redet ja gar nicht. Thorsten hat ja auch kein Hörgerät. Ja, ja, ja. Der hat ein Hörgerät. Ja, ja. Der hat ein Hörgerät. Der hat ein Hörgerät. Ja, ja. Der hat ein Hörgerät. Ja, ja. Wenn Thorsten ein Hörgerät hätte, würde der wohl auch ein bisschen was hören. Und dann fangen die an zu reden. Das ist dann, fängt er an zu reden. Und wenn die, wenn, wenn sie da reden, dann sind sie laut. Extrem laut. Ja, da wissen die, wie das funktioniert irgendwie. Aber irgendwie, irgendwie so ist es. Ich wollte ja auch am Weihnachtsabend noch Karten spielen. Da kam auch keiner an. Ja. Ich bin ... Ich bin um ... Ich bin um ... Ich bin um halb neun und neun. Hast du eingeladen? Zum Karten spielen? Ich gesehen. Na dann kommt da auch keiner, wenn keiner kommt. Nee. Also der ... Der nahi wollte kommen und eine andere haben. Die haben mir gesagt. Ja. Und jetzt hat er dann ... Ach so, der hat mir immer runtergebracht, meine Tüte. Ich komme auf den Keller. Und er sagt, das sind die alle ... Die Frau, jetzt der Tüster kommt heute. Ja. Na dann kommt er dann nicht. Ach, ja, ja. Ich bin da. Und heute Abend kommen dann. Ich hab mir ne Rohr rumgefohrt, umgebastelt. Und bin noch mit dem Keller im Nachmittag, nach dem Abend. Halt meine Fußpampf hat mich gebraucht. Dann kamen die Afrikaner runter. Dann kamen die Klinge gebrochen. Na ja. Dann war's unweilig. Ich bin endlich am Weg. Ja. I swear. I have not so many votes. In this rice area. So, this was ... Okay. Seven years. A flight. Nachbar. Everything. But a simple city boy. Mach's ja fast bis alle polterischen Grenzen. Ja. 50 Meter davor. So, ja. Hättest du Brot eingekommen können? Ne, das wollte ich nicht. Wir sind in Deutschland eingekommen. Naja. Ich meine, klar. Ich hab doch ... Ob die Obst gehabt haben, weiß ich nicht. Aber wie gesagt. Look for a lock. This is with a bike. Today is not the best day for a fry. Yeah. But it didn't come back to Monday. I think today. I won't send it today. It's late. So nobody comes. And I finished it two hours ago. So, we got finished. So, we got finished. Monday morning. We open at 9. We close at 9. So, if you're early in the rent, it's no problem. 9. And if you buy the time, it's okay. It can try it. Also, you can rent it. If you don't know exactly, if you want the bike. You can rent it for one day. You can pick it the whole day for eight euros. And if you don't want it, you pay only eight euros. I'm still open. I'm still open. Yeah. Why not? That's not new. Yeah. But it's full. Yeah. But it's now. It's now. It's now. It's now. Let's do it. With a USB. All right. It's all right. I'm still with me. Look. Here I have another one with me. There could be something for a design. Ahhh. I want you to always have. Thank you. Very nice. Very nice. and it's not warm. What else is it? Are you uninformed? I don't think so. No. I don't think so, right? No. Is it a little kid? Do you want a bike? No? What? No. I don't think so. No. No. Welche Zeit haben wir gebraucht? 9 Uhr, wegen 9 Uhr. Du musst probieren. Dann kannst du... Was? Hast du deine... Deine Sommerausrüstung? Deine Sommerausrüstung? Heute aufgebaut? Und... Und jetzt willst du es nicht mehr? Doch doch. Aber... Ich... Ich will lieber das in der Probefahrt machen. Jetzt wahrscheinlich auch so mitgenommen. Aber dann ist es so doof. Ich will lieber, dass du draußen fährst. Erstmal einmal hin und her wenigstens. Und dann sagt, okay. Weil sonst passt das gar nicht. Und ich fährt trotzdem wie zwei Tage lang durch die Gegend. Finde ich auch scheiße. Naja. Lieber einmal drauf sitzt und sagen, okay. Und dann... Wenn das so... Nee, auf alles, nee. Wetter ist... Muss ein Wetter besser werden. Noch ein bisschen. Was kriegst du jetzt für die anderen? Was war das? 150. Das stimmt. Ich verstehe dich schlechter. Seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Wieso? Das war doch nicht oft kontakt. Der brummelt mehr vor sich hin jetzt. Ja? Was macht denn Brummeltaule eigentlich? Frag ihn. Ja. Ich hab' ich schon lange ihn gesehen. Du hast doch News von ihm. Was hab' ich? Neuigkeiten. Ja. Er hat die... Du kennst doch... Du kennst doch die... 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 die die... 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 die fräsen hier sind. Die her curvedlem Fenster! Ja. Der soll... Mann, was denn. Ey, das ist doch mal jemand. Wie Overalls. Du hast ja nicht gewusst? Ja... Wart jetzt? Der brummeltaule hat... Ich hab' ich gewusst. Der was? Der Brubbelpaule. Der seust immer ein. Ja, der Trink-Jägermeister. Ja, weiß ich auch. Ja, ich hab das schon beobachtet. Ich weiß ich auch, sag ja. Ja, der läuft dann 50 Meter, dann holt er die Flaschen raus. Ja, der hat als Papa. Irgendwann sitzt er, ich mach das Fenster zu und guck am sitzen, wenn ich auf die Bange runter in der Lickkoll sitzt, dann schickt er nicht schnell, schickt er nicht hier ein. Das ist schon rübergefallen. Also, wir haben das schon mal nach Hause fahren müssen. Oh, so fliegt ein Schubschloch, wenn man sieht, der Seil. Was verbrauchst du? 25 Euro die Woche? Nee, nicht. Ja. Ja, ja, gefasst. Vom Freitag bis nächste Woche Freitag, ich krieg die Einkommen 25 Euro. Verkaufst du einen? Ja. Ja, so billig. Ohne Bier, ohne Scherz, war ich nur, machen wir ein bisschen Wurst mit Käse. Bier ist billig, was? Ja, nur ein bisschen Wurst mit Käse. Bei Nettoeinkommen war ich ein bisschen Leber mit Büchse Wurst. Ja, aber du kochst doch bestimmt auch. Naja, klar. Und dann kochst du dir Kartoffeln? Ach, da war ich wo. Wie, wo? Klar, Kartoffeln mache ich ja, koche ich mal. Am meisten hol ich mir mal so Büchsefeuertopf oder Bückselebnisse oder alles drum an. Das Zeug isst du? Ja, klar. Der isst nur Büchse. Ach du Scheiße. Ja, meistens, ja. Mal gucken wir beim Fritz mit Brat durch oder je nachdem. Mal brate ich noch ein Schnitzel, jeder, die ich gerade stimme, und brate ich noch Fisch. Und keinen Salat. Ne. Ich bin krank. Ich bin mit, pass auf, wo du sagst, Salat. Alex sagt zu mir, ich muss Bio essen. Sehr gesund. Nein, du brauchst noch Vitamine. Ja, ist ja alle los, ist ja alle klar. Ja, aber, ich bin mit ihm eingerufen, die haben mal Bio. Ich bin mit ihm eingerufen, die haben mal Bio. Na, ich ist ja alle in einem Bio-Laden. Gott, muss man da wissen. Ja. So, wenn ich das gesehen habe. Ja, da kosten Azzelsine 25 Euro. Das stimmt. Ja, ich kann. Ich muss, dachte, du musst, du musst ja alle Vitamine. Ja, aber wenn ich, ich will alle Kuffe, außer die 20 Euro, die ich da jetzt hochkuffe. Und dann noch die so Birnenäpfel. Wenn ich das nicht an den Blick gehalten, dann bin ich ja 50 Euro weg. Ich wüsste, wie kennt meine Freundin hier. Also, die Obstkufft. Die gibt mir Obst, die kufft Wein, die kufft Äpfel, die kufft Blunden, Bananen. Dann hast du 20, 30 Euro weg. Ne, die Blonde. Ne, die dient ich dann mal auf Weißensee, meine. Ja. Das ist nicht so. Die hat zwar 150 Euro mehr, rennt sie weg, die hat 5.000 Euro. Aber trotzdem. Weil die Blonde. Ne, die nicht. Die geht doch jeden Tag. Die Blonde, die war komm, die Friseuse. Die geht doch jeden Tag bei Karstadt Essen. Ja, die ist, die hat ganz gute Renten. Das ist ja von ihrem Mann, oder? Ja, klar. Hat der mal alle da eingezahlt. Und wenn der Mann nicht schon die eingezahlt hätte, dann sagt er selber, dann könnt ihr die total nicht. Dann könnt ihr die total einfach, ja. Ja. Dann kann ich jeden Tag da bei Karstadt Essen nicht. Ja. 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 Das ist der Berlin Pass. Ja. Berlin Pass, hast du hoch. Ja. Das ist doch Königslasse. Was tun wir für eine Minute? Die Puppe? Ja Ich bin auf YouTube, aber es ist live oder nicht? Live ist es nicht gerade, aber... Okay, okay. Okay. Ja, ist doch gut. In einer Minute zurück. Ja, kein Problem. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte, kein Problem. Na dann, schönen Abend. Danke. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, jetzt sage ich schön Feierabend an euch und wünsche mir selber auch Feierabend, dann später nach dem Schneiden und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder, ne? Vielleicht schnell, aber auch morgen erst den ganzen Tag irgendwie den Vlog zusammen, weil das heute ist jetzt echt ganz schön viel. Das sind jetzt 8, 9, 10 Stunden, 10,5 Stunden. Das ist viel. Da freue ich mindestens vier Stunden, um das zu schneiden. Und das schaffe ich nicht. Das packe ich einfach nicht. Das wird nicht werden. Also seid nicht sauer. Kommt vielleicht morgen, vielleicht kommst du ja erstückelt. Vielleicht heute ein bisschen was. Und morgen ein bisschen was. Teil 1. Weil das ist echt viel. Oh man. Am Ende kommt vielleicht gar nicht so viel Brauchbarer dabei raus. Aber es ist hier laufen, hier laufen, hier laufen. Ich musste trotzdem sichten. Da ist überall irgendwas Interessantes dabei. Müssen wir mal schauen, ne? Also macht es gut. Wir sehen uns morgen auf alle Fälle. Ja, morgen mit dem Vlog von heute oder wie auch immer. Also bis dann. Macht es gut. Ciao. Und einen schönen Sonntag euch allen. Euer Tommi.